Die Sendung wurde live untertitelt. Ich sagte nicht, dass ich es nicht könnte. Ich sagte, mir fehlt die Ausrüstung für... sowas. Gliedmaßen annähen. Nur ein schlechter Handwerker schiebt es auf sein Werkzeug. Hey, ganz langsam. Ist alles in Ordnung? Was ist passiert? Ich habe einen Planeten gesehen. Weit weg und abgelegen. Und eine Stadt auf einer Insel. Rishi? Nein, habe ich nicht. Ich war's nicht. Hab noch nie von dem Planeten gehört. Ein Fehler? Sabotage? Eine Bestätigung meiner Vermutung. Wir müssen sofort nach Rishi reisen.